Ein neuer Tag an den Märkten und erneut die Frage, was wird er uns bringen aktuell, mit was müssen wir rechnen? Wir wollen uns das mal angucken, zumindest mal so das jüngste Geschehen, was die Marktteilnehmer hier gemacht haben. Und ihr hört schon, ich bin ja immer Marktteilnehmer-lastig. Einige sind der Auffassung, ah, das ist doch eigentlich nichts anderes als, manchmal lese ich Astrologie, das hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Aber die Frage natürlich, die nicht unberechtigt ist, inwieweit ist denn das möglich, dass man am Chart irgendwie erkennen kann, was als nächstes passiert? Und wir gucken deshalb drauf, weil wir natürlich drauf bedacht sind, die Aktion der Marktteilnehmer, die Reaktion der Marktteilnehmer im Auge zu behalten. Das heißt, die Bewegung wird ausgelöst natürlich durch Nachrichten, die wir aktuell erhalten, zum Kriegsverlauf, zu den Sanktionen, zu den Bündnissen oder zu den Ereignissen, die da tatsächlich minütlich teilweise ja reintickern. Ja, die beeinflussen den Markt. Für mich die Frage aber nicht, ob sie den Markt beeinflussen, sondern wie fassen die Marktteilnehmer diese Nachrichten auf? Sehen sie das als was ganz Schlimmes? Sehen sie das als eine Entspannung für den Markt? Das sieht man tatsächlich am Chart. Ich gucke einfach auf das Verhalten der anderen Marktteilnehmer und versuche dann so ein bisschen mitzuschwimmen. Das ist, glaube ich, nicht die schlechteste Beschreibung dieses Vorgangs. Also, was haben wir denn aktuell bei den Marktteilnehmern gehabt? Wir hatten eine Abwärtsbewegung, die uns beim DAX-Index hier auf neue Tiefs geführt hatte. Am Morgen, beziehungsweise also am heutigen Morgen, waren die Kurse noch deutlich niedriger. Er kommt hoch. Allerdings so richtig Leidenschaft für die Kaufseite sehe ich bei den DAX-Teilnehmern im Moment noch nicht. Immerhin allerdings zumindest vorläufig keine weitere Abwärtsbewegung. Was ich mir aber normalerweise wünsche, ist ja, dass wir eine Aufwärtsbewegung haben, sehen, die eine gewisse Stärke zeigt. Also, die beispielsweise eine sehr starke Dynamik zeigt. Das wäre etwas, was ich mir sehr wünschen würde. Und wenn ich mir das angucke mit den vielen Rücksetzern hier, dann merke ich schon, nee, der Wille der Marktteilnehmer, sich wirklich jetzt schon festzulegen mit den Nachrichten, die wir halt aktuell haben, der Wille ist wohl nicht so super gegeben. Und dementsprechend, zumindest mal beim DAX noch nicht so ganz groß, die Begeisterung nachvollziehbar oder findbar, sagen wir es mal so. Für viele völlig nachvollziehbar insgesamt natürlich, weil viele davon ausgehen, dass Europa am meisten darunter leiden wird und Deutschland eben als wichtiger Markt dort angesiedelt, ja, mit dazugehörig ist. Und, ja, die Begeisterung dementsprechend hier noch wirklich in Grenzen. Ist das aber in Amerika anders, denn wir haben in Amerika natürlich weitaus weniger Beeinflussung. Natürlich haben wir vielleicht den Umweg über das, was der Rohölpreis dort, was den ausmacht. Und der ist ja deutlich gestiegen jetzt nochmal. Wir hatten vorhin 111 Dollar pro Barrel, also nochmal deutlich teurer. Ganz klar eine impulsive Aufwärtsbewegung, vielleicht ein extra Beitrag wert. Aber für uns als Hintergedanke, das ist für Wirtschaft tendenziell nie wirklich gut. Es ist eher etwas, was man sich nicht wünscht. Aber wie sieht es denn hier aus tagsüber? Schauen wir mal hier auf den 5-Minuten-Chart. Ich will es also bewusst mal hier auf den kleinen Zeitrahmen bringen, denn im Großen hat sich ja nichts geändert. Wir haben immer noch das Tief. Seit dem Tief sind wir in der Aufwärtsbewegung. Und wenn wir jetzt mal so das Geschehen seit dem Tief, gehen wir vielleicht doch mal auf den 15-Minuten-Chart und sehen wir das ein bisschen deutlicher. Also seit diesem Tief nochmal uns angucken, das war 24. Februar, dann müssen wir sagen, ja, vorrangig waren wir hier eigentlich erstmal in der Aufwärtsbewegung unterwegs. Das kann man sagen, dass es sehr dynamisch hier nach oben gegangen ist, nur mal unterbrochen durch wackelige Gegenbewegung. Dann hatten wir hier so ein bisschen das Gegenbild, so mal vereinfacht gesprochen. Und jetzt sind wir ja wieder aufwärts unterwegs. Und jetzt Hausaufgabe für uns Marktteilnehmer, für uns Aktive. Was ist denn das für eine Bewegung? Ist das eine Aufwärtsbewegung? Das ist immer so die erste Frage. Oder eine Abwärtsbewegung? Das ist eine Aufwärtsbewegung, die uns hier seit dem Tief am 1. März, also seit gestern hier quasi nach oben gebracht hat. Die nächste Frage, ist sie wirklich dynamisch? Ist sie also wirklich mit Power, mit Macht? Sind die Marktteilnehmer davon überzeugt und sagen, yeah, jetzt wird gekauft? Nein. Denn dafür ist die Bewegung viel zu korrektiv. Das heißt, ja, aufwärts. Nein, nicht begeistert. Das ist etwas, was nicht dafür spricht, dass die Marktteilnehmer die Situation aktuell gut einschätzen und ganz frei sagen, also kaufen, was anderes fällt mir gar nicht ein. Das ist eher etwas, das, wenn jetzt irgendwie nochmal eine blöde Nachricht kommt, dazu verführt, dass das, was wir hier vorne haben, diese Dynamik hier auf dem ersten Teil, dass sich das hier unten nochmal fortsetzt. Also ich sehe ganz ehrlich eine realistische Chance, dass die letzte Dynamik sich hier nochmal nach unten fortsetzt. Ich habe es ein bisschen zu lang gezeichnet, aber ihr könnt es ja selber auch nochmal. Mein Tipp, probiert das selber mal aus. Es kann Spaß machen, aber diese Größe, wenn die Korrektur hier fertig ist, dass sich die nochmal anschließt, halte ich für sehr, sehr realistisch. Dafür wird es sicherlich irgendeine blöde Nachricht brauchen, aber wir sehen schon, dass der Markt aktuell, das zeigen die Marktteilnehmer durch ihr Verhalten hier, empfänglich ist für doofe Nachrichten und auch gerne gewillt sind, dann darauf zu reagieren. Ja, aber was ist, wenn keine doofen Nachrichten passieren? So, dann wird wohl das hier ausbleiben. Aber dann werden wir ja ziemlich wahrscheinlich auch nicht auf der Unterseite getriggert, nochmal für ein Short. Denn dafür gibt es ja dann keinen Grund letztlich. Also ihr seht, Charttechnik und fundamentale Überlegungen, die können durchaus eng miteinander verbunden werden. Für mich als Händler ist es durchaus aber relevant, dass ich einfach sehe, an welchem Niveau ich typischerweise kaufe oder nicht kaufe, weil ich dann eben größere Chancen habe, falsch rein oder eben auch falsch ausgestoppt zu werden. Viele kennen das Phänomen. Boah, das war ja wieder klassisch. Ich bin hier oben reingegangen, da war der Kurs am höchsten. Da wollte ich jetzt endlich kaufen, weil das ist doch ein gutes Zeichen und der Kurs hat gedreht. Nee, das ist natürlich nicht am schönsten. Man kauft nicht auf dem höchsten Preis. Ja, hätte hier aber auch geklappt. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo das funktioniert. Es ist aber statistisch gesehen mehrheitlich, dass nach so einer Bewegung eigentlich erstmal eine Gegenbewegung ist. Deshalb kauft lieber an Zwischenhochs und nicht an den Höchstenhochs. Dann habt ihr zumindest ein bisschen mehr Chancen, den Stopp nachzuziehen. Wäre hier gar nicht notwendig gewesen, weil Kurs ist eh weit gelaufen. Aber wer jetzt hier auf dem Zwischenhoch, hier diese Abwärtsbewegung Zwischenhoch eingekauft hat und der Kurs ist bis dahin gelaufen, hatte sicherlich bis dahin die Chance, seine Stopp-Engagements, wo auch immer die liegen, zumindest mal in der Nähe des Einstiegs nachzuziehen und musste dann entsprechend nicht drunter leiden. So, aber ich komme ins Erzählen. Bleiben wir mal bei den aktuellen Fakten. Das ist keine Bewegung, die mich begeistert und offensichtlich die Marktteilnehmer nicht begeistert aktuell. Und das gleiche Bild beim S&P, ja, aufwärts. Im Kleinen ist es auch teilweise so, dass wir sehen, okay, abwärts, aber auch nicht wirklich begeisternd. Also der Markt im Moment noch in der Suchenphase. Aber die gesamte Bewegung hier ist nicht das, was ich mir vorstelle, unter einer richtig schönen Bullenbewegung. Und deshalb bin ich da vorsichtig. Was also tun? Jetzt Kopf in den Sand stecken? Nö. Für die ganz kurzfristigen Aktiven unter euch, wartet auf Korrektivmuster und tradet anschließend die dynamische Richtung weiter. Also wenn ihr vorher eine recht dynamische, eine recht wackelige, handelt in dynamische Richtung weiter. Und das gleiche könnt ihr nochmal wiederholen. Denn das deutet an, dass die Marktteilnehmer sich vorläufig, die Marktteilnehmer sind wankelmütig, die werden auch hupzuck, wenn irgendeine doofe Nachricht kommt, ihre Richtung wechseln. Aber sie werden sich typischerweise dynamischer in die entsprechende Richtung da bewegen. Und deshalb ist das aus meiner Sicht ein gutes Grundverhalten, die Dynamik zu sehen, die Korrektur abzuwarten und dann beim Ausbruch aus der Korrektur, und zwar nicht am höchsten Punkt, ich habe es eben eingezeichnet, beim Zwischenhoch den Einstieg zu suchen. Aber ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues. Wie sieht es beim Hightech-Markt Nasdaq aus? Also wir sehen insgesamt ja auch eine Aufwärtsbewegung, ein Rücksetzer, auch wenn wir sagen, Mensch, aber so richtig ist das schon eine tolle Bewegung hier. Naja, so richtig nicht, aber selbst wenn er noch mal runter käme, wenn er hier noch mal ein bisschen tiefer runterfallen würde, machen wir das mal ein bisschen größer, wäre das ja allemal noch in Ordnung. Also selbst Rücksetzer, die uns noch mal bis 13.800 bringen, 13.700, sind noch längst nicht dazu geeignet, dass die Marktteilnehmer generell die Flinte ins Korn werfen. Dann kann es immer noch danach nach oben gehen. Also das halte ich für nach wie vor noch denkbar. Denn immerhin wurde hier mal versucht, eine Aufwärtsbewegung zu starten und vermutlich muss man sie etwas anders auffassen, nämlich im Sinne einer ersten Anstiegsbewegung, einer vermutlich Seitwärtskorrektur und anschließend dann das. Aber alle Anzeichen sprechen dafür, dass wir noch mal ein bisschen tiefer gehen. 13.800, 13.700 sind Marken, die mir dazu einfallen. Das ist nicht, weil ich irgendwelche serischen Fähigkeiten habe, aber weil sie so typische Größenordnungen sind. Und das würde mich nicht wundern. Und ich muss ja immer, wenn ich eine Handlungsaktivität mache, davon ausgehen, wovon ich mich nicht wundern würde. Das ist das, was ich standardmäßig mache, wenn ich eine Entscheidung fälle, dass ich mich vorzüglich so orientiere, was ist denn das Typische, das Klassische, das Normale Bild. Und das wären hier entsprechend die Verhaltensmuster. Trotz alledem, für die ganz kurzfristigen unter euch, gilt natürlich auch hier, wenn der Markt möglichst starke Schubbewegungen mal nach oben macht. Ist das jetzt so was? Ich finde es nicht schön. Aber nehmen wir mal an, er explodiert gleich doch noch nach oben. Wollen wir es ihm ja gönnen. Und er kommt dann wackelig runter. Dann hat man zumindest noch mal ein bisschen die Chance. Aber insgesamt, denkt immer dran, Überschneidungen wollen wir nicht. Denn die sind noch mal wieder ein Zeichen mehr für die Gegenbewegung. Je mehr Kursüberschneidungen, je mehr Überlappungen zwischen Hochs und Tiefs sind, desto eher ist das alles korrektiver Quark. Und dementsprechend nicht optimal. Die Marktteilnehmer also zerrissen. Im Kleinen habt ihr eine Idee, worauf ihr gucken könnt, im Laufe des Nachmittags. Denkt allerdings dran, es ist noch realistisch möglich, dass wir noch mal ein bisschen tiefer gehen. Die Marken habe ich euch so grob gezeigt. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr damit was anfangen könnt. Euch erstmal alles Gute und liebe Grüße. Ja. Wir sehen uns jetzt noch. Bis zum nächsten Mal.